So, damit ein herzliches Willkommen zurück. Wir machen heute mal wieder ein ganzes Clash of Clans 101, so wie ich eigentlich mit Clash of Clans angefangen habe. Entspannt einfach zusammen farmen. Ich habe momentan, bin ich ganz ehrlich zu euch, ein bisschen abgefragt, was auf YouTube momentan so ein bisschen abgeht. Nicht von euch, nicht von euch als Community. Ich bin immer noch super glücklich damit. Ich weiß auch nicht, ob ich darüber reden will und ob darüber gesprochen werden soll. Einfach so ein bisschen wie auf YouTube krass betrogen wird und wie man da an der einen oder anderen Stelle einfach nichts gegen tun kann, wenn bestimmte Videos einfach nicht mehr angezeigt werden, wenn man nach Clash of Clans sucht und man einfach aus den Suchalgorithmen rausgenommen wird, weil eventuell andere Leute Dinge tun, die nicht erlaubt sind oder weil sie auch nicht wissen, dass die nicht erlaubt sind oder weil halt ganz einfach bestimmte Dinge benutzt werden, die nicht erlaubt sind. Deswegen habe ich momentan einfach so eine Phase, wo ich denke, ich habe keinen Bock mehr Clash of Clans hochzuladen, weil man sich einfach nur darum kümmern muss, dass das Thumbnail unglaublich gut aussehen muss, damit die Videos angeklickt werden und es keinen eigentlich mehr interessiert um den Unterhaltungswert in einem Video. Es geht eigentlich nur darum, dass so möglichst viele Videos wie möglich rauskommen und das angeklickt wird, weil das Thumbnail irgendwie geil ist. Ich spreche da jetzt nicht mal unbedingt nur von der Clash of Clans-Szene. Im Endeffekt machen das eigentlich auch alle anderen großen YouTuber so. Ich meine, ihr wisst, wie das bei dem einen oder anderen wirklich namenhaften Kommentator ist, dass die einfach Thumbnails reinklatschen, die nichts mit dem Video zu tun haben. Und ich habe halt Angst, dass ich selber in diese Szene abrutsche und ich will das eigentlich nicht. Ich will euch eigentlich weiterhin gute Unterhaltung bieten. Und deswegen machen wir heute einfach mal so eine Runde. Ich werde einfach farmen, mir ein paar, wahrscheinlich keine nicht mal andere Armee-Kombinationen, sondern mein ganz normales Clash of Clans-Leben zeigen. Und schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist einfach mal wieder so ein bisschen, ich bin ein bisschen im Moment in der nachdenklicheren Phase. Also dann sehen wir uns gleich im nächsten Fight. So, ich werde jetzt auf jeden Fall ihn angreifen, weil er erstens ein Rauthaus draußen stehen hat und ich ein bisschen mit dem Pokal gefallen bin. Aus anderem, was ihr sehen könnt, man kommt an sein dunkles Elixier relativ easy ran, dadurch, dass die Warer draußen stehen. Das Thema, wo wir eben gerade drüber kurz gesprochen haben, was ich angerissen habe, nochmal um das zu vertiefen, es hat nichts irgendwie mit euch als Community zu tun, gar nichts. Ich bin wirklich tatsächlich, wie ich das in den letzten Streams und in dem letzten großen Stream, wo wir jetzt Clash of Clans letzten sechs Stunden gezeugt haben, auch des Mehrfachen gesagt habe, dass ich unglaublich dankbar bin dafür, dass ich die Möglichkeit habe, hier so einen YouTube-Channel zu führen und so viele Leute wirklich die Videos schauen. Weil das Schönste daran ist, wenn man Videos macht, ist, wenn sie sich Leute anschauen, wo man Rezensionen dazu zurückbekommt. Das heißt, irgendwelche Kritik oder positive Kritik oder, ja, konstruktive Kritik. Da gibt es ja quasi alles Mögliche. Oh, zum Glück gibt es ja eine Queen nicht, sonst würden wir jetzt nicht an das Dunkle ran kommen. Ja, und ich wollte das einfach mal so ansprechen. Deswegen war ich so in letzter Zeit so ein bisschen, ja, mehr distanziert davon, Clash of Clans Videos zu machen. Jetzt ist es quasi so durch diese Urlaubszeit gekommen, dass ich mir mal so eine Woche freigenommen habe und vorher so sechs, sieben Clash of Clans Videos vorproduziert hatte. Und mir macht Clash momentan so viel Spaß wie seit langem nicht mehr. Aber das hat ja nichts damit zu tun, ob ich Lust habe, Videos zu machen oder nicht über Clash of Clans. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch eine Runde Far Cry hochgeladen, was in der Aufnahme mir sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Und ihr braucht nicht zu glauben, nur weil, vor allem weil ich es habe schon wieder nur gesagt, aber nur weil so ein Video dann irgendwie nur fünf bis zehntausend Aufrufe bekommt, denke ich nicht, dass es das nicht wert ist, das zu machen. Weil, ganz ehrlich, alleine für diese 5000 Aufrufe und für diese 20 netten Kommentare oder 30 netten Kommentare, die drunter stehen und sagen, ey, das macht so Spaß, das ist so cool, wie du das, keine Ahnung, ihnen gefällt es einfach, der Kommentarstil so zum Beispiel. Und alleine dafür lohnt sich das für mich, Videos zu machen. Und deswegen habe ich halt keine Lust. Als YouTuber achtet man ganz schnell und fängt ganz schnell automatisch unter Brust darauf zu achten, wie viel Aufrufe das Video und wie viel Aufrufe das Video macht. Und da will ich eigentlich nicht hinkommen. Und wir hatten das schon mal, ich habe das schon mal gesagt, dass, ich will nicht darauf achten, wie viele Aufrufe dieses Video macht. Und ob es, okay, wenn mal der Ton scheiß ist, finde ich bei, der vergesst den Clash of Clans-Ton, der übrigens gerade, glaube ich, ausgestellt ist. Ich glaube, ich habe den Clash of Clans-Ton mal wieder aus. Ha, dann machen wir den jetzt einfach wieder an. Hat das funktioniert? Ich glaube, er ist in den Einstellungen aus. Naja, und ich will einfach nicht jemand sein, der darauf achtet, irgendwie wie viel Aufrufe das Video macht und wie viel das macht. Und deswegen muss ich nur noch das und das machen. Weil das gefällt den Leuten am liebsten. Weil ich will eigentlich das machen, worauf ich Bock habe. Und den Leuten, denen es halt auch gefällt, die folgen mir weiterhin. Und den Leuten, denen es nicht gefällt, die gucken sich halt nur noch die Videos an, die ihnen gefallen. Ich hoffe, das wird damit einigermaßen klar, was ich meine. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir gerade wieder 2300 dunkles Elixier mitgenommen. Übrigens, hier kann man richtig gut dunkles Elixier jagen. So, wir haben hier 475.000 Gold, hätte ich mal gesagt, Elixier am Start. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil Elixier brauche ich momentan eigentlich ähnlich strong wie Gold. Gerade, weil ich nebenbei immer noch ein paar Mauern mache. Weil mein Lut ja tatsächlich echt ziemlich gut ist. Und gerade, wenn man sieht, dass hier das Elixier einfach mal free to play quasi, free to farm draußen steht zum Mitnehmen. Da sage ich doch nicht, nein, ihr seht es, da kriegen wir richtig was raus. Ich denke mal, er macht das, weil er hofft, dass Leute dann keine 50% holen. Und da mir die 50% tatsächlich ziemlich glatte sind, kann ich hier auch einfach sein Elixier mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir alles kriegen werden. Das Dunkle wird wahrscheinlich auch relativ schwierig. Hier hinten, das ist dann doch relativ tief drin. Wir gucken, was wir hier drin in der Klambe bekommen. Vielleicht ist da eine oder andere... Okay, da sind nur Bogenschützen dran. Das heißt, ich glaube, auf der Seite werden wir mit unserem Bewahrenkündig, sobald alle Außengebäude wechseln, losziehen, damit wir rein Richtung Elixier kommen. Das kann ich glauben. Ihr merkt auch, meine Tonlage ändert sich vielleicht immer so ein bisschen, weil ich ja zwischen den Videoschnipseln oder Angriffsschnipseln immer ein bisschen schneiden muss, damit sich das... Ja, damit das Sinn macht, weil ich ja dann Fights haben will, während ich es nicht kommentiere. So, dann zünden wir die Fähigkeit jetzt, wie ich das in letzter Zeit gelernt habe, immer relativ früh zünden, bevor er dem Tod entgegen geht. Und das sollte mir nach einer halben Million Elixier aussehen, die wir nennen, wenn... Ah, wohl alles, wenn wir nicht kriegen. Ein bisschen was wird wohl liegen bleiben. Oder? Wir haben noch 26 Stück im Gericht. Können die jetzt richtig laufen? Na, Klasse. Drei von 50 Stück laufen falsch. Äh, laufen richtig. Aber, na, sieht doch trotzdem gar nicht so schlecht aus. Im Endeffekt haben wir sogar noch ein bisschen Dunkles mitgenommen. Ob wir den Bonus kriegen oder nicht, ist völlig Wumpe. Dafür haben wir ganze 424 Elixier mitgenommen. Ähm, ja, wenn ihr mehr Lust auf solche Sachen, wie ich das jetzt einfach gerade gemacht habe, dass ich einfach mal mitnehme für so zwei, drei gute Fights, wo ich halt merke, dass der Loot gerade gut ist, dann stecke ich schnell die Elgato an. Und, ähm, ich werde auch mal testen. Ich werde das Video einfach mal komplett ohne Thumbnail hochladen und irgendwie einfach nur 400.000 Elixier drüber schreiben oder sowas. Keine Ahnung. Mal schauen. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Allgemein. Ich weiß nicht, ob ihr ganz verstanden habt, was ich damit meine, aber halt so, dass ich, ähm, ganz gerne weiterhin das produzieren will, was ich, äh, eigentlich, wo ich Bock drauf habe und nicht, ähm, mich unbedingt darauf stürze, dass, ähm, die Thumbnails, obwohl Thumbnails mache ich einfach gerne, aber dass die, dass die Sachen so sind, dass man sich das unbedingt angucken muss, sondern ich will irgendwie einfach das machen, wo ich Bock drauf habe. Ich weiß nicht ganz, ob das rüberkommt, was ich probiere zu erklären. Das klappt nicht immer bei mir. Aber ich probiere es auf jeden Fall rüberzubringen. Auf jeden Fall bin ich immer noch, wie gesagt, sehr, sehr dankbar und, ähm, hoffe auf ein cooles 2015. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Meinung zu dem gesamten Thema in die Kommentare. Ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja.